Servus und Hallo! Contao 5.1 wurde veröffentlicht und in diesem Video sehen wir uns die Neuerungen an. Dich erwarten zahlreiche neue Features wie ein Dark Mode, Backend Favoriten, der Ajax-Formular Versand und viele weitere spannende Features. Werfen wir aber zunächst einen Blick auf den Release Plan. Wie du siehst, endet mit der Veröffentlichung von Contao 5.1 der Support für Contao 5.0. Die Version 5.1 enthält nun Updates bis August diesen Jahres. Wie du siehst, die nächste LTS-Version ist dann die Version 5.3. Lass uns loslegen, ich zeige dir jetzt einige dieser Highlights. Mein persönliches Highlight ist die neue Backend Favoriten-Funktion. Ab sofort kannst du so im Backend deine eigene Favoritenstruktur aufbauen, so kannst du die Menüpunkte, die du häufig benötigst, einfach in die Favoriten legen. Wie funktioniert das Ganze? Zunächst einmal wählst du einen Seitenbereich im Backend an, den du als Favorit verlinken willst. Nehmen wir an, ich möchte jetzt hier den Bereich Themes verlinken. Dann gehe ich einfach hier oben auf dieses Stern-Icon und vergebe dann hier eine Position. In dem Fall füge ich das einfach hier oben ein und vergebe einen Namen. Anschließend klicke ich Sparen und Schließen und jetzt siehst du schon, links oben ist ein neuer Bereich erschienen und zwar der Bereich Favoriten und hier gibt es einen Eintrag Siems und wenn ich auf diesen jetzt klicke, dann lande ich natürlich direkt in meinen Siems. Das Schöne an den Favoriten ist auch, dass du diese verschachteln kannst. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel nochmal unter Siems gehe und ich gehe dann hier unter meine Frontend-Module, dann kann ich wieder hier auf den Stern klicken, gehe dann in den Bereich Siems und füge es innerhalb der Siems ein und vergebe dann den Namen Module. Wie du siehst, erscheinen jetzt die Module unter den Siems und ich kann zwischen beiden Menüpunkten hin und her wechseln. Natürlich lassen sich die Favoriten auch wieder löschen oder umbenennen. Dazu gehst du einfach hier in dein Profil unter Favoriten und kannst dann die entsprechenden Einträge dementsprechend verschieben, löschen oder umbenennen. Formulare lassen sich ab sofort per Ajax absenden, so dass du keine Weiterleitungsseite mehr konfigurieren musst. Dieses Feature wurde bereits häufig gefragt und ist ab sofort jetzt im Core enthalten. Du gehst dazu einfach in den Formulargenerator und bearbeitest eines deiner Formulare. Wie du siehst, kannst du jetzt die Weiterleitungsseite entfernen und konfigurierst jetzt unter Formularkonfiguration per Ajax senden. Sobald du diesen Haken gesetzt hast, ist die Funktion aktiv und du kannst jetzt noch die Bestätigungsmeldung eingeben. Hier hast du auch die Möglichkeit, deine Formulardaten mit Simple Tokens auszugeben. In meinem Fall greife ich nochmal den Vornamen ab, wenn ich die Nachricht ausgebe. Wie sieht das Ganze jetzt im Frontend aus? Du hast hier dein Kontaktformular und anschließend können wir auf Nachricht senden klicken. Und wie du siehst, wird jetzt nicht meine Weiterleitungszeit geöffnet, sondern es wird meine Bestätigungsmeldung ausgegeben und über die Simple Tokens habe ich auch nochmal meinen Namen ausgegeben. Bei der Darstellung im Backend haben sich ebenfalls ein paar Dinge geändert, auf welche ich ganz kurz eingehen möchte. Contao bietet ab sofort die Möglichkeit zwischen dem dunklen und dem hellen Design zu wechseln. Dazu gibt es hier oben so ein kleines Icon. Je nachdem, was du in deinem Betriebssystem angemeldet hast, ist eben jetzt das dunkle Design oder das helle Design per Default aktiv und kann ganz einfach über den Button hier oben geändert werden. Eine weitere Optimierung ist im Backend vorgenommen worden bei der Darstellung der Felder. Bisher waren die Felder immer zweispaltig maximal. Ab sofort ist es auch möglich, mehrere Checkboxen oder Felder nebeneinander zu platzieren, da eben das Grid-System im Backend angepasst wurde. Der Vorteil ist, du musst ab sofort wieder weniger scrollen, da die Felder komprimierter im Backend dargestellt werden können. Eine weitere Änderung, die sofort auffällt, ist, dass die Inhaltselemente anders dargestellt werden. Das heißt, wenn du hier jetzt nochmal Contao 5.1 mit einer älteren Person vergleichst, dann siehst du, die Elemente wurden jetzt extra gerahmt und haben jetzt eine andere Darstellung. Außerdem gibt es jetzt eine zusätzliche Funktion, mit der du die Inhaltselemente immer komplett ausgeklappt anzeigen kannst. Dazu gehst du einfach in dein Profil, klickst dann auf den Punkt Inhaltselemente nicht einklappen und anschließend werden die Inhaltselemente eben nicht mehr eingeklappt, sondern es wird das Inhaltselement komplett mit dem gesamten Text angezeigt. Eine weitere kleine Verbesserung wurde auch bei den geschützten Artikeln vorgenommen. Jetzt siehst du sofort in der Übersicht mit diesem kleinen Schloss, ob eben ein Artikel geschützt ist oder nicht. Mit der neuen Mehrfach-Kopieren-Option lassen sich die kopierten Elemente weiter in der Zwischenablage behalten und mehrfach einfügen. Stell dir vor, du hast eine Mistro-Seite mit mehreren Elementen und möchtest diese jetzt mehrfach auf andere Seiten einfügen oder in andere Artikel einfügen. Wie das geht, du gehst einfach auf mehrere bearbeiten, wählst deine entsprechenden Inhaltselemente aus und findest dann ganz unten einen neuen Button und zwar nennt sich dieser Mehrfach-Kopieren. Ab sofort hast du das Ganze in der Zwischenablage und kannst es beliebig oft die Elemente einfügen. Ich füge das Ganze jetzt einfach mal unten ein und dann hier nochmal hier. Wie du siehst, lassen sich die Elemente jetzt beliebig oft einfügen und sobald das Ganze erledigt ist, klickst du einmal auf Ablage leeren und du bist fertig mit diesem Mehrfach-Einfügen. Bei der Sortier- und bei der Suchfunktion wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. So lassen sich ab sofort bestimmte Felder aufsteigend und absteigend sortieren. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel nach Datum sortieren möchtest, dann geht es jetzt eben nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die andere. Eine weitere kleine tolle Verbesserung besteht bei der Suchfunktion. So werden ab sofort sinnvolle Felder als Standardfelder definiert. Bisher war es immer so, dass das Ganze alphabetisch sortiert war und wenn du zum Beispiel hier in der Suche warst, dann wurde zunächst alternativer Text angezeigt. Ab sofort ist als Standardfeld jeweils ein sinnvolles Feld gewählt. Des Weiteren können Entwickler ab sofort auch ihre eigenen Standardfelder definieren. So ist die Suche in Contao noch effizienter und schneller. Neu ist auch ein Hinweis, wenn du deine Administrator-E-Mail-Adresse nicht in den Systemeinstellungen hinterlegt hast. Wieso ist das wichtig? Immer dann, wenn du E-Mails versendest mit Contao, zum Beispiel bei der Registrierung eines neuen Benutzers oder bei den Formularen, muss eben diese E-Mail-Adresse hinterlegt sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wenn du diese Meldung hast, geh einmal auf die Systemeinstellung und jetzt solltest du hier eben eine passende E-Mail-Adresse hinterlegen und das Ganze speichern. Beim Layout hat sich ebenfalls was verändert und zwar ist der Viewport in Zukunft nicht mehr mit dem CSS-Framework gekoppelt. Wenn du bisher den Viewport im Quellcode automatisch ausgeben wolltest, dann musst du das responsivee Layout im CSS-Framework aktivieren. Allerdings hat das bei manchen Designs nicht funktioniert und deswegen musstest du dann hier manuell den Viewport-Tag setzen. Mittlerweile ist so, dass immer ein Standard-Viewport-Tag gesetzt ist und das eben unabhängig davon ist, ob du das CSS-Framework aktiviert hast oder nicht. Natürlich kannst du den Viewport auch wieder komplett löschen oder an deine Bedürfnisse anpassen. Um die Fehlersuche zu vereinfachen, wurde das System-Log optimiert. So werden ab sofort die Felder URI und ID bei den Seiten ausgegeben. Dazu gehe ich einfach mal hier auf diesen Eintrag und du siehst, ab sofort wird, wenn möglich, eine Anfrage-URI ausgegeben und eine Seiten-ID. Ebenfalls lässt sich ab sofort nach diesen suchen, das heißt, wenn du hier die Suchfunktion öffnest, dann findest du auch hier die Anfrage-URI und die Seiten-ID. Bei der Sicherheit hat sich ebenfalls etwas verbessert und zwar ist es so, dass die Anmeldemaske oder Login-Maske verändert wurde, so dass ab sofort ein Rate-Limit für vorhandene und nicht vorhandene Benutzer besteht. Außerdem wird für alle Benutzer die gleiche Fehlermeldung ausgegeben. Das macht es eben für den Angreifer schwieriger, den richtigen Benutzernamen herauszufinden. Das heißt, wenn ich hier jetzt diesen Benutzer absende, dann bekomme ich die Meldung, dass dieser Benutzer gespürt wurde, obwohl es diesen Benutzer gar nicht gibt. Dann noch eine kleine Veränderung beim Feed-Reader. Dieser wurde neu gestaltet und kann ab sofort auch JSON-Feeds lesen. Zusätzlich zu den aktuell gezeigten Verbesserungen gibt es auch noch Verbesserungen für Entwickler und es wurden jede Menge Bugfixes korrigiert. Wie gewohnt findest du alle Änderungen im Change-Log von Contao. Dieses findest du ganz normal bei GitHub. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.